aber irgendwann kriege ich jedes pokémon und auch dieses regi eleki nach circa 20 30 überwellen ist es dann doch noch in den ball gegangen so das ist typ elektro tatsächlich und nein ich möchte das nicht nehmen also werde ich das definitiv ins team holen und ich werde es für zepters ins team nehmen weil dann habe ich ein elektro pokémon im team so du vermerkst dann stammt der dinge in der legendativzimmer 2 lasst das erste pokémon einen stein tragen das ist ein veränderbar macht das war der ewig stein okay das steht ja auch da ich habe nur ein schneekristalls frigometri brauchten war dafür für geist so lasst ein helles geräuschertönen dass den stallgiganten weg da habe ich ein bisschen lange überlegt hatte ich mir ein helles geräusch wie soll ich das machen ja es ist ganz einfach man muss einfach nur pfeifen und auf einmal statt regi stil vor mir so und als ich die drei giganten vereint habe also wie geist wie die stil weg tauchte das regi duo von mir auf 1 können wir davon erwecken ich habe mich für den vom typ elektro entschieden mit wiki legi ja und damit haben wir das thema auch erledigt der weg war ein bisschen mühsam hierher am ende war dann doch relativ simpel wir sind im 3d pass haben dafür die tp donner und noch irgendwas nicht gefunden aber jetzt erstmal gucken wir mal bei beim guten dings dabei jetzt bekommen wir nämlich das gute jetzt kommen wir nämlich immer hierher fliegen also das ist natürlich tragisch so reisen wir zurück zu pioni und dann gucken wir mal was der so noch zu erzählen hat ich bin zu zweit an war wir gehen der kundung voran legende giganten regi lecky was sagst du da das ist lege deren vorkommand regi lecky gefangen super nice wenn ein bericht hören das ist christian etwas soll also regi lecky sein der elektro gigant geht es mir nur so ein bisschen an diese brause bombons diese schöne mund knistern es muss ein unfassbarer gleichgewicht sind wir sitzen um sich mit diesem körper auf dem bein halten zu können echt elektrisierend jedenfalls ist das eigentlich der elektro gigant dieser kundung kannst du schon mal als erfolg verworfen und damit hast du alles zu den legendären giganten aus der legenden und die zummer 2 berichtet nice dafür merke ich diese exhibition gleichmals erledigt und check damit haben wir das erledigt das alles sein was du brüchtern gab oder dann klemm ich mal zu viel tatlangen hinter die anderen legenden moment mal hey warte mal ich bin so weiter damit hast du ja alle legendären expeditionen die ich im angebot hatte wenn das mal nichts ist dazu fällt mir nur ein super nice mit der verärgerte leidenschaft hatte ich gar nicht gar nicht so gerechnet bei dir schließlich handelt es bei der expedition um ein paar albern halten die ich aus lust und laune sommer geschustert hatte aber du hast dich trotzdem voll reingehängt aber du bist nicht dabei nicht ernsthaft legendäre pokémon im weg gelaufen oder klar na warte du brauchst ja nichts zu sagen danke sehr sperrte weißt du scheint dass er sich als super nices abenteuer erlebt und diese erfahrung kann ich dir keiner nehmen du hast es quasi dein persönlicher schatz diesen besonderen moment würde ich dir nicht benötig machen indem ich mir der mit neugierigen fragen auf den keks gehe also jashi danke nochmal dass du so viel spaß oft bei der expedition hattest ihr kleines dankeschön von mir ich habe eine selbe dieser karte vom pionier halten aber irgendwie wenn ich das gefühl nicht los etwas vergessen haben ja genau das hat man nämlich am anfang des abenteuers und ja da ist er doch dann steht dann hat es auch gern hört man bis nach draußen das ist echt peinlich wieder mein gold stück war die nette hütte die du abgestiegen bist echt nicht schlecht hier lässt es nicht wirklich leben ach du bist es joshi ist schon eine weile her seit wir uns vom riesennest getroffen haben ja sorry dass es lange gedauert hat und du hast die ganze zeit meinen alten spaß sehr cool vielen dank dafür ich bin bei den dynamix amtron echt voll auf meine kosten gekommen aber jetzt brauche ich ja ein bisschen anwechslung und wäre voll dabei für deine dingsnatur dad warum hast du auf einmal die strache verschlagen warum seid ihr so still moment gib mir mal einen moment liebes ich muss schnell ein paar legenden für dich finden da habe ich schon lange dann kann unser vater tochter abenteuer endlich losgehen was du musst doch schnell welche finden moment schau da mal einen kranken runter man ja ja natürlich bitte muss sein ich habe hier was für dich mein gold stück schau dir ich habe dir ein schimmerndes entdecker outfit genäht los streif doch mal eben über verdammt was der üppelste glitzer alarm angesagt warum hast du ein stinknormales outfit während ich da wie eine golde disco kugel rumlaufen soll ja das ist doch dann wenn du papas goldstück bist ein ein und alles und als schlusser papa will ich das den leuten schon aus der ferne auffällt wie gold ich du bist echt jetzt das geht so weit ich habe zum spartan haben das überlegt hier du kannst die glitzer formel haben was soll das denn jetzt auf einmal ich halte das gold set ich mache mich dann mal wieder auf zu meinem eigenen abenteuer dann als pokémon warten schon dann kommt zurück bieler warum musst du immer rebellieren aber ich schätze das ist deine ganz eigene art mit einer zuneigung zu zeigen ist wahr tut mir leid dass ich dieses kleine drama miterleben muss das expeditionsleiter ich hatte jedenfalls mächtig spaß bei unserem gemeinsamen abenteuer du kannst unsere expeditionsbasis gern weiter nutzen werde danach ist ich weiß ja mal ein bisschen zeit mit meiner tochter verbringen wieder allein nicht so schnell pat auf papa ja dann sind wir den typen gott auch schon mal los hier mit dem bei dem dc aber es fehlt noch ein bisschen was an abenteuer ende wir sind durch und im dlc hatte mal und liegt jetzt irgendwas legendennotiz zum aix ein rätselhaftes loch gültig im ausweis und verboten unsere welt professor mann pokémon erscheinen ok ich kann es gerade nicht wirklich lesen so dann sollten wir jetzt tatsächlich zurück zum deiner riesen ist das ist die nächste aufgabe die uns zu erledigter zu erledigen ist und das machen wir liebe leute in der nächsten folge bei let's play pokémon schild und dann geht es weiter mit dem abenteuer pioni wir wollen ihm einen zettel zurückbringen bis dahin tschüss ja liebe leute wir sind wieder am start mit pokémon schild heute geht es zurück zum deiner riesen ist da wo unser abenteuer komplett begonnen hat und wir müssen jetzt gerade mal gucken wo ich da hin muss gut dann machen wir uns mal kurz wir müssen ja zu dem riesennest zurück jetzt muss ich gerade gucken mich orientieren wo ich bin moment moment da unten ja ok alles gut ich hab's gefunden ja vorher noch so ein alter mich einsammeln mal kurz da gucken wir mal was uns hier heute so erwartet da stehen doch schon unsere helden na alles fit bei dir joshi bei mir gibt es nichts neues und wie du weißt dann immer existieren sich die pokémon unten mit deiner riesen als ja immer glaubst du auch dass dort vielleicht ein gigantischer wunsch der inverdeck versteckt ist hey wenn das nicht unser expeditionsfleisch persönlich ist schön dich zu sehen endlich komme ich mal dazu ausgeblich zeit mit meinem töchterlein zu verbringen was sagst du da dass du an der basis etwas gefunden hast wie meine einer meiner notizen aussieht was haben wir gern da kann ich mich eigentlich nicht über erinnern na nun der art hier auf der notiz vermerkt ist das ist doch das dein riesennest oder was ist denn los in deiner riesennest sind kreaturen aufgetaut und zwar haufenweise keine ahnung ob das über pokémon sind was sagst du da wie erscheint ist ein ökosystem aus einer anderen welt unserer eingedrungen ob das mit der ultraforte zusammenhängt die sich für einen kurzen augenblick aufgetan hat äh was ultraforte also das erinnert mich jetzt gerade ein bisschen an pokémon ultrasonne ultramod oder ist das jetzt gehen wir jetzt quasi in die welt zurück also ich hab's ja leider ich hab's leider nicht let's playen können weil äh ich hab meinen der ist aber nicht umgebaut da habe ich hab zwar noch einen hab ultrasonne glaube ich damals vor einiger zeit gespielt aber es dauert halt alles ein bisschen super geiles abenteuer muss ich sagen am ende aber ähm scheinbar kehren wir gerade in die welt zurück dementsprechend wird wahrscheinlich solga leo und ich weiß gar nicht wie das andere gegendstück dazu heißt wahrscheinlich demnächst irgendwann bei uns auftauchen so wie ich gehört habe kann man wohl hier alle legendären pokémon fangen mal gucken wir haben noch ein bisschen was zu tun auf jeden fall mit der story hier äh klingt ab so als ginge gerade etwas völlig unglaubliches vor sich weißt du was das bedeutet oder? da steht wieder ein neues abenteuer für dich in die straffliche hand und ich weiß schon ganz genau welchen titel es tragen wird legendärer anweg ein total großes lach klafft am himmel hä? na der titel ist ja aus der sahne oder? ich weiß zwar das nächste abenteuer auf dich schlappt dir diese eh pokémon vor denen dir zittel spricht es soll jetzt keine pokémon sein sollten Ich trage ein bisschen rein in die hand gut dann gucken wir mal was uns jetzt hier heute erwartet ein neues anteil auf jeden fall jetzt was uns jetzt noch bevorsteht ja und dann geht's los ich kann ja diese fantastischen ware im tausch gegen deine jetzt anbieten wir haben sechs stück ok wir gucken mal was wir kriegen also ach wir müssen 150 deine ich finde für ein ultraball ok so dann nehmen wir uns mal zwei stück mit für ein scheiß ultraball weißt du 150 möchtest du zu einem dynamix anteil aufbrechen ein bisschen mehr details bitte also bei dynamix anteil vorstellt das riesen lässt gemeinsam mit unserem leid pokémon außerdem schließe ich mit drei mitschreittern zusammen und gemeinsam gewählt wird er den weg wenn euch tief ins riesen lässt vorwacht wollt euch an dynamix das legendäres pokémon für jede erfolgreich abgeschlossene erkundung wirst du von mir und mit deinem eins belohnt zudem darfst du eines der pokémon behalten die du unterwegs gefangen hast gerne brauche ich jeweils für meine forschung ok gut das ist also das nächste jo gehen wir mal rein ins abenteuer in das ultra abenteuer mal gucken was uns haben erwartet letztes mal ist ja suikun mit uns aufgetaucht so wir können uns jetzt auswählen und zwar zwischen fasos nordkarmalm und elizade äh ich nehme elizade farsos nordkarmalm und relikant sind die anderen pokémon die uns jetzt mit auf so einem anzeigen so ok legt der pokémon vom typ elektro ok elektro wenn man es dabei bei suikun wird das fliege der pokémon ente werden aber gucken wir mal wir gehen erstmal zum typ wasser das was ich jetzt gerade machen will weil es war ja auch mit elektro pokémon dabei dementsprechend ist es für mich das einfachste und wir gucken mal was uns jetzt erwartet in diesem deiner riesen als das das zweite ok 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 so dann gehe ich auf deiner gewitter und auf aktuelle wie mal kurz aber wie gesagt ja ich war sowas von ultra ich vermute dass es ente sein wird ich weiß es halt nicht das ist jetzt einfach mal so eine gute wir gucken es wir gucken wie wir es machen fiaro setzt auf jeden fall erst mal kann ein gegeben auf und da geht es mal kurz die helfe des kapitels kapitelsen wie weg das geht auch die helfe so fast es doch geht auf der höhner zeit kann ich nur angreifen ja sehr schön gemacht ist nicht kann ohne auf fasers nur ab egal so damit müsste das pokémon jetzt gleich dann auch dauern sein und gut okay wird wahrscheinlich nicht viel machen können und das deiner gewitter reicht mir um dieses pokémon so und so ich will es mit dem pokémon versuchen zu fangen klar du brauchst aber sowieso nicht die gehalten aber wir wissen ja nicht was danach noch kommt so können wir jetzt auf jeden fall erstmal im sack ich behalte es okay damian nimmt sich das nennen ist gut dann bleibe ich bei typ wasser gehe ich da hoch so eine forscherin eure pokémon sind bestimmte schrift ich könnte eines von ihnen gegen ein anderes pokémon austauschen äh nein möchte ich nicht danke gut dann gibt's äh Monte Carlo für Sören so ein weiteres wasser pokémon was uns jetzt im haus steht ist ein stammengeschlechtes kann ich tatsächlich sogar falschen weil wohl elektro pokémon ne das macht keinen sinn glaube ich ging ja haben wir dann final an elektro pokémon deswegen geht's auf jeden fall erstmal auf stammengeschlechtes kann ich tatsächlich sogar falschen oktele wie aus der aus dem letzten versuch mit ohr strahl und damit und damit pusht es sich dann spezial an ja na gut oh es geht auf jeden fall erstmal verwirrung für eben jene starri das geht es geht auf jeden Fall dann auf Monte Carlo das soll mir aber jetzt nicht egal sein komm 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 ich hole mich noch naja ich denke mir geht hör auf mit dem ach wo kann ich sagen ach du gehst ach das ist ach das ist eine Attacke okay gut dann machen wir es jetzt kompott jetzt wird's ja ok killt diese starm hier und ich muss mal gucken wie die Attacke das bär ist aber wir haben wir glaube ich danach na gut ich fange es mir jedenfalls erstmal ja dann haben wir doch ein bisschen was geschafft muss ich sagen ja aufnahmesession so ok so du beherrscht Windkraft Zauberscheiben Psychoklinge Eissturm ne ich behalte es aber Damian nimmt sich da es wird es aktuell gut ok das war ein gar kein so schlechter Move so wir sind weiter hinten vom Typ Elektro und hm was machen wir denn als nächstes wir gehen auf Unlicht so mal gucken was uns jetzt erwartet das man weiß es halt vorher nicht ne es ist ein Barrikader es ist ein Barrikader okay da gehe ich mal auf Dings gehe ich auf Elektro ich gehe jetzt auf das Dynamex auf jeden Fall klar ja so okay fiaro geht das mal auf kam und verwirrt erst mal dieses barrikade auf sauberschein sehr gut das ist ja nicht so gar nicht so das gewitter du kommst verwirrt ich am besten noch ja weil und der kabel geht auf rauchwolke ok ja fiaro bleibt weiterhin auf dem orkan und zauberschein ist sehr effektiv das heißt ein bisschen mit glück kann man sich jetzt durchkriegen jawohl sehr schön das heißt nur minimal kp und dann könnte man dieses barrikade axt auch mitnehmen aber ich dachte das elektrogegner ist ein elektro pokémon vielleicht wird wahrscheinlich dabei bleiben dass wir mit der erdstoß so die zauberschein wird jetzt killen sehr gut dankeschön ja im gegensatz zu den normalen dino rates haben wir tatsächlich einige gegner die uns das ganze ding ein bisschen ernst nehmen und ja auch wieder takten drauf gehen die ich jetzt mal effektiv sind noch nicht mit uns im list und vernünftig brauchbare pokémon haben wir auch dabei also das muss man auch noch mal gucken was das letzte wird ich vermute dass es ein ente äh das raikou sein wird aber ich weiß es nicht weil das erste war jetzt zu real cool haben wir mal schauen es gibt gar nicht so viele elektro pokémon legendären das sagt eigentlich glaube ich nur raikou und zapptos und zapptos hat galat aus einer anderen form ich nehme es nicht auf aber damian holt sich auch dieses pokémon und jetzt haben wir es und jetzt wird das große geheimnis gelüftet welches pokémon tatsächlich uns als legendäres bevorsteht ich vermitte dass es ein raikou sein wird und es ist es ist tatsächlich abtos ich habe es abtos schon also als in gala form okay damit habe ich jetzt nicht gerecht dass es tatsächlich das legendäre zapptos sein wird weil wir das hat der mutter ist es in der gala form es wird wahrscheinlich nicht einfach sein es zu fangen klar das ist für jahre auf uns im weg zu braten das hat auch super gut so jetzt muss ich das monte carbo jetzt mal gucken dass es so ja es wird nicht einfach werden definitiv nicht ich habe leider keine möglichkeit mit zu deinem nächsten mit dem ohr stahl schade aber auch mit drauf und dann hast du nicht irgendwie eine steinhagel oder so was das brüchte ich sei nicht noch ein bisschen ja mal weiter so genau so jetzt geht es mir mit geräusche ja das war nicht schlecht das war gut sehr geile attacke sehr gute attacke definitiv monte carbo so dann gehen wir auf karten nun weil wir haben nichts mehr anderes es bleibt dabei dass wir auch kommt zurück und kriegt direkt wieder auf die fresse ich stimme meinen kann und jetzt muss der hat muss welche volltreffer sehr gut ok ok Ai-ai-ai-ai-ai-ai Jaa